Steigen. Next stop. ¿Para qué vas a olvidar el temido tanto de amor? ¿Para qué vas a olvidar si solo quiero tu amor? ¿Para qué vas a olvidar el temido tanto de amor? ¿Para qué vas a olvidar el temido tanto de amor? ¿Para qué vas a olvidar el temido tanto de amor? ¿Para qué vas a olvidar el temido tanto de amor? ¿Para qué vas a olvidar el temido tanto de amor? ¿Para qué vas a olvidar el temido tanto de amor? ¿Para qué vas a olvidar el temido tanto de amor? ¿Para qué vas a olvidar el temido tanto de amor? ¿Para qué vas a olvidar el temido tanto de amor? The first thing that's already hard, I would say, is the idea of continuity, simply because of one's own thinking. The main message is that you all really feel that you have a story to tell when you come home. A story that hopefully you will know a little bit more about now that you have met so many of your companions of this first ever hoteliers meeting of HHE. We can really, really make a difference. Thank you very much for being here these days at the first ever Historic Hotels of Europe Hoteliers Meeting. Thank you very much. Thank you. Thank you. 2 Restrings 2 Musik 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 Sie machen ein Programm, das sehr gut mit den Historien. In Ihrem Leben, wo wir, ist unser Land, euer Haus. Und ein Jäger, der Ostkurse. Er schützt uns wirklich von den Strauß vor. Wer hat die Güter, wo wir, wo wir, wo wir, wo wir, wo wir, wo wir. Und alle anderen Regionen aus der Schweiz haben einen Fog-Klimate, so können wir die Güter besser ausbrechen. Das ist eines der Grünen. Und nach dem haben wir noch mehr SVT. Hier ist der erste ever Hotariersmeeting. Und wir wurden durch dieses Meeting durch eine Familie, das zeigt, was Real Hospitalität ist. Urs, danke sehr, 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 sehr. Es hat toll mit Ihnen wiedersehen. Und ich freue mich auf Sie morgen. Ich freue mich auf Sie morgen. Ich freue mich auf Sie morgen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Just give the rest of your applauding to all the staff and people who stand here, because without them you wouldn't have people. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. ASS Heilte'er. Vielen Dank. Kina, mein Mann. Untertitelung des ZDF, 2020